Herzlich Willkommen zurück zum dritten Part von hey das haben wir nicht aufgesammelt Resident Evil 3 Remake Fax vom Leiter des Unterwerks reaktivieren die vier Trennscheiter das haben wir alles im letzten Part hat Reddy sehr gut erledigt ich habe auch gemerkt dass der Junge auf jeden Fall Erfahrung hat im Schuler denn ich wäre da wahrscheinlich erinnernd sich gestorben sind nicht Partner man immer weg womöglich weil das ja einen Tag später oder so erst auf dem Kanal ja hochgeladen wird zuletzt hatten wir die Spinnnester oder zumindest ein großes Spinnnest zerstört ja und sind jetzt auf dem Weg was nochmal zu machen wir sind jetzt auf dem Weg wir haben den Strom angeschaltet wir müssen zur U-Bahn-Station zurück so ähm ja ich weiß nicht ob ich das sogar so mache dass ich ich meine das Spiel geht jetzt nicht sonderlich lang ne ob ich jetzt ein paar trotzdem am Tag bei mir und bei dir hochlade weißt du Part 1 bei mir Part 2 bei dir ach so ich hätte jetzt gedacht dass wir das machen äh ein Tag bei dir geht natürlich auch aber ich dachte dann hätte man das direkt zeitgleich aber ist das ja egal scheißegal so liebe Freunde dann gucken wir doch mal ich weiß nicht wo ich hin muss und ich bin auch echt langsam das stört mich kommen mir wieder diese Hunde und ich habe jetzt kein Dings das wäre jetzt echt bitter warum ist das so ruhig hier merkst du das ist ziemlich ruhig perfekt wir brauchen das unbedingt ja ich hätte gern mehr davon so wo müssen wir dann lang hier ist das hier der richtige Weg stimmt hier hast du die Hunde gekillt oh mein Gott das war mir erschrocken was willst du denn okay du hättest ausweichen müssen ja aber damit habe ich nicht gerechnet oh mein Gott er ist so schnell der ist richtig sauer auf jeden Fall oh mein Gott wo muss ich hin warte mal benutze das gleich hinter dir ja und jetzt stirbt mein Freund umbringen wirst du ihn auf jeden Fall nicht können ich weiß nicht genau oh mein Gott ich hab doch das sah perfekt aus nee geh zurück geh zurück ist das nicht die Tür? geh erst in die Tür rein geh in die Tür rein erstmal aber ich sag dir gleich warum kommt der rein? oh ich weiß es nicht oh ich weiß es nicht okay oder so weil äh da vorne irgendwie zumindest welches Stockwerk hochfahren oh hier ist Safe Room hier kommt er nicht okay aber das mach ich nochmal nee ich dachte da war die Tür auf oder zumindest ein Rolltor ach das Stockwerk hochfahren ich komm schon Flamten Munition nee was ist das? oh mein Gott erste Hilfe Spray nice das brauch ich jetzt definitiv gleich ey will ich jetzt schon wieder auf Warnung? Alter der hat mir nur ein Hieb gegeben und ich hab mir fast die ganzen Rippen gebrochen muss jetzt hier lang ne? und man muss sagen dass wir das Spiel gerade auf was Veteran war das? also ne Wär Standard ganz normal Standard wo ist denn das Rolltor alter? muss ich hier lang? oh mein Gott ich geh jetzt hier lang das ist falsch ich glaub das war falsch ja lauf erstmal runter guck erstmal zurück warte mal ich glaub der ist schnell der Junge oh mein Gott ist erstellt ne ne ich benutze er sagt egal lauf einfach du Perder lass mich in Ruhe wie kannst du wie schnell ist er denn? ich bin tot was? mit drei Schlägen? nein was für Dings was für Assistent wir machen das schon auf normal das ist umso besser wenn wir ein bisschen versagen ist schon ganz gut aber wer hat damit gerechnet dass der mich jetzt zweimal schlägt und tötet? ach wie er hat das Spiel gerade angeboten wir können es ein bisschen leichter machen oder was? achso Verfolgung zu stoppen wenn sie in Schaden zu fügen anderen verstiften erst lediglich eine kurze Verschnauzpause ich weiß also ich hab's mir schon gedacht was soll ich mit ihm kämpfen? äh kriegt man da Belohnung so wie im ersten Teil? man hat im ersten Teil wenn man ihn bekämpft hat richtig OP Sachen bekommen? ich wünschte ich wäre halt auch schneller ach meinst du falls man das Spiel nochmal durchspielen will nochmal also nach dem ersten durchspielen dass man gewisse Waffen hat die man schon gescaled hat oder wie? nein wenn du gegen ihn spielst und gegen ihn kämpfst in dem Originalteil mhm wo bin ich denn? ja du musst wieder hoch achso im Originalteil war das so dass man wählen konnte ob man flieht oder Aktionen wählen konnte die das Spiel ein bisschen verändert haben ja mhm und man konnte dann auswählen und wenn du ihn bekämpft hast hast du ordentlich von hier kam ich doch ach ne von da kamst du ach ne genau du sitzt ich glaub da ist er dann nicht mehr ich muss wieder durch die Tür hier ich hab das ja ja aber ich glaub da war er hinten ein Rolltor auf ja aber der kam ja eben da der kam doch ja eben da also das war ja kann ja nicht falsch gewesen sein der kam da ja oder? ich meine ich würde jetzt ungern da zurücklaufen wo der war haha ne womöglich wird er da sein ne mhm schon gewundert dass er jetzt nicht da war ne ok hier warst du doch nicht gerade ne? hier war ich gerade klar klar er kam dann von da und ich dachte da muss ich hin wo ist es hin? äh lauf erstmal nicht rein genau ich mach doch schon alter so schlecht anscheinend ich bin doch beide gleich zu über oh muss ich oh lass mich in Ruhe hast du es gesehen? ja so äh da kann ich nicht lang oh mein Gott ich dachte ich kann da rein Karte lass mich da rein bitte nein aber du musst es aufschauen oh mein Gott oh mein Gott aber ob das klappt ne? der kommt da rein oder? safe safe ich glaub schon weil das kein Safe-Bogen ist ich glaub oh ich glaub er bleibt draußen und dann nehmen wir erstmal hier vorne die Kiste und dann den erster Hilferspiel alter Schmiede ey hahaha ja echt absolut ne äh der ist schon hardcore also für für so einer der das nicht so gut kann wie ich Alter ist schon echt krass oh einen blauen Stein die haben schon einen roten und einen blauen jetzt das muss ich jetzt unbedingt benutzen mhm der folgt mich jetzt wahrscheinlich überall hin wo ich hin muss oh warte mal Keller kannst du da rein? ich hab's gerade versucht aber der ist abgesperrt als ob hier kein Zombie drin ist hier ist kein Zombie drin rechts nicht schlecht nicht schlecht nicht schlecht nicht schlecht nicht schlecht jetzt haben wir aber das andere Schießpulver raus ne? mhm mhm dagegen den kämpfen wir jetzt nicht so geil äh ne ich glaub das schlau sei also muss ich doch da unten lang laufen davonlaufen ja aber ich muss doch da links rum ja ne warte mal warte mal wo war denn das? warte wir gehen da rum doch das könnte sein dass wir da weil wir müssen diese eine große also die breite Treppe müssen wir auf jeden Fall wieder hoch aber ich weiß nicht ob das hier vorne war oder ob das wirklich wenn du da runterläufst da hinten irgendwo war ich hab wirklich kann man hier hat man hier ne Karte? ne anscheinend nicht aber egal lauf einfach sonst am besten äh einfach da lang wo du gerade lang wurdest also unten laufen weil ich glaube der Typ ist wow Junge Alter wieso ist der so schnell? das heißt ich drück doch ich kann nichts machen der penetriert nicht einfach lass mich bitte in Ruhe nimm das Ding weg von mir fuck falls er hinter dir ist genau vielleicht ist er weg ne ich glaub du musst wirklich absolut ausweichen jeden Schlag von ihm mach ich ja gerade ich drück doch aber ich bin zu langsam scheiße ey aber wie soll denn das werden am Ende? ey das ist ja komplett ich denke da hast du mehr Waffen ne kannst du ein bisschen besser abballern so aber mit Pistole ja trau ich mich nicht den abzuballern total broken ey ne ich denk auch mal guck mal gewöhnliche Waffen richten gegen diese Kreatur nichts aus ihm bleibt nur wegzulaufen das heißt ich muss komplett üben ich muss die Kamera am besten nach hinten halten oder so wie war denn das? wie hast du dich umgedreht? du meinst dass du diese schnell umdreht C äh Kreis C C was auch immer du weißt ey der muss ich ich lauf trotzdem in diesen Laden rein ne ja also anscheinend wenn du irgendwo in den Laden läufst wird er auch nicht hinterher kommen zumindest sah es ja so aus ne ja so gucke wenn ich greif ah ok ja also X um nach hinten drücken ja aber das ist ja nur die Sicht auf ihn ne ja du weißt ja schnell sich drehen zu müssen fenitriert mich ja der Boy jetzt kommt er Mann ich bin so schlecht timing mäßig ey ha aber ihn konnte ich jetzt auch ordentlich sehen aber wie kann ich denn dauerhaft die Kamera auf diese Zombies behalten ne du drehst die einfach nur ja ja und dann bleibt die Kamera so wie du sie gedreht hast achso na ne mein Süß hier kommst nicht rein wa ha Tür ist geschlossen mein Junge so das öffnen wir jetzt das hatten wir nämlich ja eben schon dieser Paner alter sollte ich den schon benutzen ich weiß nicht der penetriert mich gleich so richtig ne das weißt du mhm so hier haben wir hochwertiges Schießpulver das werden wir dann auch gleich schön irgendwie ne oh mein Gott das ist das letzte Plätzchen hier ich bin so schlecht in Ego Shootern krass ey und davon ich glaube aber auch dass die Leute die wirklich in 5 Stunden das durchgespielt haben ähm die werden bist du bereit Alter ja so weglaufen ich könnte es probieren ja ich meine ich habe jetzt schon zweimal versagt es gibt dir das Recht auch einzugreifen ja ja aber dass die Leute die wirklich in 5 Stunden das ganze durchgespielt haben die werden wahrscheinlich auch jeden Raum einfach nur kurz ne sind schnell durchgelaufen fertig ist so ne ja das kannst du ja im Let's Play einfach nicht machen weil äh ein bisschen was sehen will man schon aber umgucken kann man sich halt nicht ne das ist halt echt krass äh r1 äh r ne r doch r1 l1 was von beiden war ausweichen r1 ok das heißt er kommt jetzt hier runter ok oah schönes Ding oah direkt bist du im Spiel zu besser ey haha ich lauf rechts rum ja oah sehr gut oh mein Gott lauf doch schneller Mädchen ok ich hoffe er wurde getroffen achso wir haben ja oh nein ich glaube lauf da bitte oh mein Gott der Weg ist so lang oh nein drück nochmal schönes Ding mach doch auf da rein pass auf Zombies da ist noch einer pass los auf der zweite kommt auch ich denke mal der wird hinterher gekommen so ne schnell oh da noch bitte die Tür bitte ohne dass er jetzt hinterher kommt oh mein Gott wo ist dieser fucking Weg ich weiß nicht ob das der Bass ist oder ob der Typ hinter uns läuft du bist äh du musst das Kraut benutzen benutze mal das Kraut ja ja ich geh doch kurz nochmal hoch oh mein Gott ne falsch äh du ja genau das meinte ich ich hab grade warte guck dich nochmal bitte um wo das ist ja ok die ballern die am besten ab ja brauche nicht zu lange die kommen sonst echt nah haha oh mein Gott geh weg was willst du stirb boi was macht der denn das war sehr knapp schade aber du kannst nicht in engen räumen kannst du ihn nicht ausräumen aber das ist ja auch der Scheiß der Dreck am Zombies ne ich glaub du musst links rum kann das sein er kam sah und siegte lauf da bitte rein alter deswegen hab ich gesagt guck lieber von da oben wo du hin musst weißt du bitte 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 das ist nicht der richtige Weg ja ist egal ich möchte erstmal in einem Safe Room einfach einfach rein hier oh das ist der Strom sein perfekt jetzt was schön jetzt komm nicht rein alter bleib draußen einfach nur draußen bleiben das ist so das einzige was ich im Spiel nicht abkann ist wenn ich verfolgt werde oder so ne oh warte mal aaaah nice ich hoffe dass da äh Schrotmanizon drin ist oh nice nicht schlecht nicht schlecht ready ich glaub das Schlaue ist wirklich die zu benutzen falls ja und so ne warte warte du kannst hier noch irgendwas machen die Route festlegen standard welche Route auch immer ok also wie mach ich das dann ah warte mal ok wo wollen wir hin wo wollen wir hin die Redstone Street wir müssen die Foxpark Station Foxpark unten rechts ok ich bin Supercop das ist fertig das ist ein Rätsel das weißt du ne mhm 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 ok wie machen wir das am besten das Rätsel ich kann dir echt nicht sagen was das die können wir nicht ok das heißt wir brauchen die drei hier was muss man denn r e f a f a f a f a was ist denn r e warte mal ich kann mir vorstellen dass es ein Name sein wird oben ist haben wir er ist Redstone ja warte Redstone dann f a f a neun oder es ist noch neun oder nicht bei F a f a das ist da steht null irgendwas ne das ist ne neun glaub ich also wir bleiben mal bei null ne neun geht gar nicht neun geht gar nicht was ich sehr sehr oder 0 1 das könnte auch sein dass es nur eins ist nur verwischt in 0 1 machen wir erstmal das könnte auch ne 2 oder ne 3 sein r a brauchen wir ja r a und die ok kann man gar nicht erkennen zank mich jetzt locktower ah 0 5 0 5 ich kann sehen 0 5 müsste nicht klappen ne 0 5 können wir nicht machen wie siehst du denn ne 0 5 man ich seh nix ach 0 5 wird wohl sein oder also es sieht auf jeden Fall so aus wie ne 5 na wenn es keine 0 5 gibt dann kann es keine 0 5 sein 0 2 ist auf jeden Fall san dings michael dings ne 0 2 kann das aber auch glaube ich nicht oder ne 0 3 0 das zweite ist glaube ich auch 0 2 oder das könnte möglich sein wir lassen es einfach mal bei 0 2 äh denn ma ne sa ne ja oder sm je nachdem wer sa genau ja wenn wir zum foxpark wollen dann so sa 0 2 das ist auf jeden Fall 0 2 mhm so und jetzt valid route confirmed carlos ich habe jetzt gedacht da ist irgendein Fehler locker drin aber jetzt sieht man auch was 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 da gemeint ist zur urbahnstation zurückkehren ähm ja ich hoffe einfach mal dass er nicht da ist aber bei meinem Pech ja der ist nicht hier drinnen auf jeden Fall aber der ist auf jeden Fall äh draußen ja ja ich denke der ist in den Gebäuden läuft er nicht so rum ja bis zur urbahn wird er uns wahrscheinlich noch verfolgen wo sehr schön Diedrich 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 der gute Orde krass wie ich versagen in dem Spiel ich bin auch nicht besser oh warte mal können wir glaube ich aber nicht einsam weil wir keinen Platz mehr haben äh yeah nice warte war hier nicht ne Kiste irgendwo da ne also diese einen oder aber das können wir dann absolut gar nicht gebrauchen nein die Schusspatrone braucht man immer ne ja das hochwertige Pulver brauchen wir auch eigentlich alles ja das ist blöd egal muss ich halt später nochmal her auch nicht schlecht dann hätte ich jetzt einen Zettel und einen Stift würde ich das einfach reinschreiben er schießt den Schuss nach oh mein Gott schießt den nee schießt Schrot das ist giellos oder warum hat er so ein Auge ich meine weil dann kannst du den Einschuss nachladen weißt du und dann hättest du die mitnehmen können ach so ja sonst bin ich natürlich nicht Fan davon dass man ne Schrotpatrone benutzt wo müssen wir denn hin jetzt hier ey keine Orientierung ok da ist auch einer ja würde ich sagen benutze ich ja mal kurz zu gehen wow was what oh no way ehrlich nehml ist es so ja ich schweng aber eben die ganzen Zombies ok 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 ich verstehe ich verstehe die beiden äh die Jungs die können wahrscheinlich ihr Auge ist wahrscheinlich der Schwachpunkt das heißt mit Pistole seien die sau schlau gegen die Problem ist laden mal nach und dann hol den erste Hilfespray der hat mega viel mega viel Patronen Munition also Pistolen Patronen ja die sind alle schon weg ey äh einmal nutzen ne gar nicht nein man wir sind gesund am Rande der Gesundheit achso ich kann doch einfach nachladen sollte ich doch einfach mal machen so wär die beste Gelegenheit achja klar willst du eigentlich wieder weiter spielen ja wenn ich weiß wo ich hin muss äh U-Bahn-Station ja ich weiß aber wo ist das ja ist das jetzt rechts rum oder ist das jetzt links rum oder äh ich wünschte ich könnte nachgucken aber ich glaube geh mal raus ich glaube das war rechts rum ja ich glaube das Auge ist bei dem Schwachpunkt tot ah ok ich werde ihn wenn du zu nah dran bist glaube ich schützen sie sich muss ich da lang ich glaube dass wir da lang müssen oder ich auch deswegen ich gucke lieber nur schon mal nach deswegen ich glaube in diesen Laden sollte es auch nochmal reingehen da war auch was mit äh mit Niedrich hier ne in dem da ne ich würde versuchen den einfach auszuweichen warte und wenn er so einen Schritt nach vorne macht das glaube ich oder ok er ist zu dumm er will er einfach nicht ah ne warte mal wir waren hier schon mal aber da hinten ja genau und dann stehen auch die anderen Boys locker auf ey hier ist ne Abkürzung oder so ein Weg war in der Küche auch noch was? oh ich glaube nicht kann aber wirklich sein ähm Handgranate ja aber kann ich nicht mitnehmen so ne kacke oder ist hier so ein safe room oh sehr schön ja gut würde ich sagen haust du genau das erstmal weg und das große genau hochwertige ja das hatte ich auch vor so und ja sonst den Rest bewegen kann man übrigens so nehm ah ok TX mit TX so nimm mal nochmal die Hand willst du nochmal abspeichern? ja auf jeden Fall alter weiter so viel wie ich jetzt schon geleistet habe in diesem Part so Handgranate nehmen wir mit ist praktisch hier rechts die Tür benutzt die mal ja da wollte ich auch tatsächlich raus oh ne der sag ich ja der infiziert die oh das ist die wo muss ich denn jetzt lang? und jetzt ausweichen und jetzt laufen ausweichen lauf wo muss ich denn jetzt lang? ja ich hab gedrückt aber oh oh einfach laufen das was mich ein bisschen stört rechts links äh rechts das was mich ein bisschen stört da in die Tür rein ja ich geh mal eben nochmal in den Supermarkt wir müssen nochmal haben noch was vergessen beim einkaufen was mich ein bisschen stört ist wenn du ausweichst dass die erstmal komplett lahm die ist gelahm gelegt aber das ist damit das nicht zu einfach ist weil sonst kannst du ja die Taste einfach spammen ja ok aber ne das war ein Zombie oder ist er das? ich weiß es gar nicht ist er das jetzt? ich weiß es nicht aber wo muss ich denn jetzt hin verdammte Scheiße oh nein der wartet vor der Tür oder was? ne das ist ein Zombie ich glaube aber mit so nem komischen Kopf der war ein bisschen größer als ein normaler Zombie hatten wir da noch und guck nochmal durch den Laden aber da war ich doch eben jetzt hab ich da alles gehört ja ja aber hatten wir hier mit dem Dietrich was? ne 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 wir hatten den ja schon eben ok dann hätten wir doch nicht die Abkürzung nehmen sollen ich weiß halt nicht mehr wo der scheiß Weg ist geh mal raus ich glaube der chillt hier von der Tür muss auf jeden Fall links rum das ist ein anderer geh raus und weich sofort aus als er da kommen sollte du Wichser der kommt hier nicht rein warte mal ist der verbatzt? ich glaube ist verschwunden ja der kommt hier ein der kann hier nicht reinkommen glaube ich ach so und wenn die Tür dann zu ist lauf einfach links gleich lang ja den soll der Penner da mal weg gehen ich glaube du musst sofort ausweichen wenn er raus ach mensch der erwartet jetzt hab ich es geschafft was schreit der denn so rum? ey ich hab doch gedrückt man was macht denn der für coole Moves alter? wo muss ich denn lang? oh man dann kommt noch der Prisser im Weg oh nein das war aber Glück da ja genau da drüben ja lauf lauf muss ich nicht hier hoch? nein egal dann geh da hoch ich konnte eh nicht mehr anders ich hab mich schon dafür entschieden dann konnte ich nicht mehr aufhören oh genau lauf Junge Mädchen scheiße wo muss ich hin? äh oh warte mal ja doch ich warte bestimmt nicht alter der Weg ist glaube ich gar nicht so falsch guck mal dein Life an oh mein Gott benutzen ne da warst du ja falsch oh oh okay oh Alter so wie unser Kick was der kommt hier rein? oh mein Gott warum kommt der nicht hier rein? ich hab's gedrückt ich schwöre oh er glaubt ein Zombie war ja man ja wo muss ich hin verdammte Scheiße ich hab' ich hab' ich hab' schlutsch mir nicht am Kopf rum Alter ich bin kein Luller äh Luller Luller kein Schnuller ja hier waren wir gerade und hier ist auch irgendwo der Weg aber ich weiß halt nicht wo gehen wir nochmal da rein da war glaube ich was mit dem Dietrich kann er bitte nicht hinterher kommen? ne ich glaube ne 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 so Nico jetzt mal ernsthaft wo ist der Weg? ich hab' ein bisschen Orientierung verloren ähm ich würd' sagen geh mal rechts rum wenn du rausgehst rechts oder links? rechts links waren nur Autos aber rechts ist ähm der Laden ne? das weißt du da wo ich da in dem Supermarkt war das war eigentlich der Weg geh' mal raus nur ein Stückchen erst mal gucken links war gar nichts das ist also rechts rum und rechts rum war nicht dieser Laden geh' mal rechts rum ja weil da ging die Treppe hoch da haben wir diesen Achtung und was ist jetzt hier rechts rum wo der Zombie steht da ging's noch lang ja das ist es hä? wieso ist das jetzt? da waren wir da waren wir noch nicht ne ok dann müssen wir aber trotzdem gelangen denk ich mal ja ah die Boys oh mein Gott und da kommt der Typ oh nein oh mein Gott du bist sowas im Tod niemals er hat mich ja ey ich will hier raus ich bin tot er hat mich hä? wieso konnte ich denn nicht aufstehen? boah ab und zu hab ich das Gefühl dass das Spiel einfach total bug ist oder? hier an welchen Stellen finde du das mal ja ich versuch's einfach mal kurz ich wo ist denn dieser scheiß Weg? das kann doch nicht wahr sein ey oh geil ja Trombose erstmal bekämpfen wir ja wir finden den Weg zurück wie viel haben wir jetzt? ist noch nicht noch nicht ganz also wir waren jetzt hier das war der Laden da haben wir schön abgespeichert das heißt da raus gehen hier rechts rum war der Typ ja man er wartet direkt vor der Tür was ist das da der Eingang so das heißt da drüben da waren die Dudes ich weiß jetzt nur nicht ob der Typ jetzt hier kommt ich will trotzdem mal vorher schon den Weg hier probieren ja das kann ich nur einfach benutzen achso ich wollte grad sagen die Kette ist weg ich wollte die Handgranate erst nehmen ne? aber du Penner alter die Handgranate nehmen um die zu killen weißt du? aber ich wir haben die nicht mitgenommen? ne wir haben die nicht eingesammelt im Hintergrund hört man so Ansagen im Hintergrund hört man so Ansagen hast du in den Glatze geschossen hast du es gesehen? hast du ihm so die Haare weggerasiert die ist tot? ne die liegt nur die lebt noch glaube ich der steht auf es fehlt nur ob das der Dude wieder kommt und F knapp der hinter dir hat dich auch gemacht scheiße der ist tot so komm her ja fastere ach hier ist auch ein Fass das habe ich auch nicht gesehen egal ob ich gleich falls der Typ hier reinkommen sollte gute Idee ok ich wollte gerade sagen habe ich das nur für die paar oh 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 okay für sowas mache ich das gerne Handgranate auch nicht schlecht hier lebt schon mal keiner mehr gut dann würde ich sagen gehen wir wieder raus haben die jemals gelebt noch? dafür haben wir 5 Munitionen das war jetzt so ein Rolltor was hoch ne was sehr gut der lebt noch shit der ist halt echt penetrant der Typ hier ne ja aber hinter dem Zaun war ich jetzt aber auch echt verloren eben oder? also das war jetzt schon echt wie viele Zombies hattest du hinter dir? 4 Stück? ja und dann noch den Typen der mich nicht rausgelassen hat kann der mal sterben? hallo? was wird denn das jetzt hier? ist er tot? er ist tot oder? ne ne wahrscheinlich ist er tot toll ich hab jetzt so viel dafür rausgelaufen er wird jetzt runterkommen ne? ja man irgendwo taucht der auf ok weil das war hier drinnen waren wir da ist das Tor links einfach das da ist das Tor oder nicht? ne 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 lass ihn da müssen wir ja nicht lang oder? ne das meine ich so wenn die dich näher dran haben dann schützt er sich er beschützt dich immer noch kannst du jetzt mal loslassen guck mal bitte nach links ich will nur wissen ob da was ist weil wir haben jetzt so überhaupt keine Übersicht ich dachte das wäre das Gebiet vom Anfang aber ne 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 das stimmt nicht wir mussten auch durch so einen Zaun gehen erstmal hier ging es gar nicht lang hier war glaub ich nur irgendwas ah doch genau hat man gar nicht genutzt sehr gut zurücker folgt er uns jetzt nicht oh warte mal schießpuppe wo war der nochmal na gut in den Laden ich glaube wir müssen da lang sonst würde das Spiel auch nicht guck mal er blockt ja mach mal dein Ding da drüben ich werde trotzdem jetzt mal hier war gar nichts rechtes Ei bitte ja oh mager ey ich weiß halt einfach nicht wo lang er lebt auch schon wieder der Zombie Kopf sowas mit ihm ne wo ist der denn ach da war das Ding wieder ein Bernd ist der denn für den benutzt auch ja ich hoffe dass er jetzt auch das zeitliche wo bleibt ein Nemesis alter das war ja nicht oder ich glaube ich höre ihn gerade stell doch mal der kommt im Ernst da einfach durch pass auf das ist ein Zombie ne ja er macht die Tür halt nicht ganz auf jetzt weil wir kamen ja von der Seite also das muss da irgendwo sein sehr schön schön rangesneakt er ist direkt umgefallen wir das war ja quasi hier sind wir ja als erstes durchgekommen ganz am Anfang vom Spiel also muss das da irgendwo sein was ist eigentlich mit diesem Ding hier können wir gar nichts machen ne das haben wir schon versucht ist er tot? er steht bestimmt gleich auf wenn wir von der anderen Seite kommen steht er bestimmt auf das können wir nicht dafür müssen wir die Aqua Cure ja der muss auf dieser Seite sein das heißt jetzt zurück durch den Laden ne ne ich meine auf dieser Seite ich meine am Anfang des Spiels kamen wir aus der U-Bahn raus und dann kamen wir als erstes durch diese Tür das heißt das muss irgendwo da sein weißt du also sobald du die Gelegenheit hast dich in der Straße umzugucken ja von da kamen wir nur durch den Laden sind wir gegangen ach das heißt wir waren da richtig deswegen die Szene und nein nein ausrechnen ach schaß das ist doch stars ja er zieht uns zurück also im Trailer habe ich gedacht das ist ja voll easy kannst ja einfach ausweichen die Scheiße aber jetzt weil wir das live erlebt ausweichen er macht doch ein Schieb eigentlich oh dachte schon was war das denn? ach der war der andere Typ ach das ist sau nervig gemacht man so komm runter herz so komm runter herz was nein die müssen da lang glaube ich okay okay war das denn jetzt? ich muss nutzen ich muss nutzen ja ich hab ich hab R1 geduckt das Ding ist ich lernt sie ganz schlecht wann nutzt du R1 so wann ist es sinnvoll auf rechts rum in den Laden rein los ja jetzt ja weil jetzt ich dachte das muss da auf dieser Ebene irgendwo sein ja ja ne aber das finde ich so das finde ich ganz schlimm gemacht dass du absolut nicht weißt wann sollst du ausweichen aber das soll vielleicht auch die Schwierigkeit sein ja gut ne das schon aber so dann versuch jetzt ganz links rum also links ganz ganz links irgendwie wo kommst du denn her? boi alter piss dich ja du kriegst den richtigen Shot ey so bleib liegen so ganz links das ist der Weg das ist der Weg das ist der Weg das ist der Weg ja Penetration Doppelpin ja er haut auch 3000 mal hintereinander zu alter ja das spiel ich mich grad richtig auf ich find das ganz schlimm gemacht ja Gefahr ich darf wieder nutzen oder was so komm jetzt her komm zu mir jetzt boah ich bin ausgeblich safe zu früh glaube ich den hab ich gesehen aber nicht wirklich das bist du einfach in Ruhe Junge nein komm das ist das ist ich find das ist wirklich ganz im Ernst das ist kein für mich keine normale Einstellung das ist also ich muss hier lang nein muss ich nicht geh weg ich hab grad sagen warum warum hast du dich so komisch weggedreht oh oh okay ich muss hier nein geh 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 doch einfach geh 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 alle das müssen alle in Ruhe hier ist das irgendwo ich glaub es war direkt rechts rum okay ich muss hier nochmal ausrechnen ah da da drunter er macht schon wieder jetzt da einer warum hat er da so einen Typen scheiß drauf scheiß drauf einfach rennen ja oh mein Gott du hast es geschafft das war so knapp hier beenden wir diesen Part danke fürs zuschauen bis zum nächsten Mal und ciao ciao ich muss pinkeln aber sowas von fuck off hat mich das Spiel gerade aufgeregt und dann diese ganzen verfickten Zombies die da noch rumrennen ha 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 ha